Wie ist das Schauspieler für Roman Schmelzer? Also erstmal, ich heiße Roman Schmelzer und ich bin auch Schauspieler und bin das erste Jahr jetzt hier in Jaxthausen. Und das ist eine sehr illustre Angelegenheit, sofern das Wetter schön ist, dann ist es sehr angenehm hier. Genauso unangenehm kann es aber auch werden, wenn das Wetter nicht schön ist. Dann ist es ja eher kalt und nass. Da dachte ich, ich bekomme jetzt schon Amphibienzüge allmählich. Aber ansonsten, ja, und ich bin dieses Jahr, wie gesagt, das erste Mal hier. Ich bin im Götz, Liebetraut, Hauptmann und der Regé. Und in Was ihr wollt, bin ich halt eben der Sir Andrew Beaverbeck. Auch Bleichenwang, genannt in anderen Übersetzungen, ja, Rüpel, eine Rüpelszene oder klassische Narren- oder Komediantenrolle. Bisschen naiv, vielleicht ein Hauch von Naivität. Und ansonsten hoffentlich auf seine skurrile Art und Weise auch ein klein wenig liebenswert. Aber leider bloß völlig neben der Kappe. Also warum sollte man sich diesen Abend ansehen? Eben, es ist kein Mario Barth und es ist kein Mittermeier-Abend. Es ist nicht ganz so grob in seinem Humor, sondern es ist halt eben Shakespeare. Aber wenn man sich die Kostüme ansieht und das Bühnenbild und wenn man an einem lauen Sommerabend, so wie heute Abend, hier in die Burg kommt und sich diesen Shakespeare ansieht und ein bisschen was von Shakespeare versteht oder Shakespeare ganz einfach mag, dann kann man hier einen wunderschönen, luftigen Theatersommerabend erleben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017